Tja, willkommen zurück zu Let's Play Gothic mit mir, dem Endking, und ja, ihr seht richtig, ich bin eine Blutfliege geworden. Um ein bisschen schneller voranzukommen, ne? Muss ja nicht die ganze Zeit mit dem Marvin-Mode hier schnell vorankommen. So, da sind wir auch, bei der, bei dem Turm hier, ähm, an dem Meer, am Meer. Links müsste jetzt der Schiffswrack sein, oder, ne, rechts, rechts müsste es sein. Ja, genau, da sind wir. Und ich betrete, ähm, einmal hier das Kastell, oder was auch immer das sein soll. Oh, hab die schon Angst? Ja, da geht's runter. Und mal schauen, was es hier oben gibt. Wie gesagt, ich war hier noch nie, ich bin nur einmal, ähm, einmal von, von dem Strand aus da rein. Da kann man nämlich auch rein, weil das Höhlen, das ist so ein riesiges Höhlen-System da unten. Und hier oben ist natürlich gar nichts, super. Ja, auf jeden Fall, ja, hier haben wir schon mal einen guten Überblick. Ähm, da unten ist der Schiffswrack. Und wenn man da weitergeht, da unten, dann kommt man da auch nochmal zu so einer Tür, wo man in das Gewölbe hier unten reinkommt. So. Da, 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 da. So. Bin mal gespannt, ob ich das schaffe. Ähm, ich wollte mir aber erstmal maximal Lebensenergie. Ja. Nur ordentlich ein paar Tränke hier reinjagen. So, Stärketrank, hab ich alles bei Golemes gefunden. Falls euch wundert, wo ich das Zeug her hab. So. Geschicklichkeitsbonus. Ah, warum nicht? Hm. Ich mein. Hm. So. Was könnte man noch gut gebrauchen? So, das mal weg. Was könnten wir noch gut gebrauchen? Von Golem. Passt der Golem hier durch die Tür? Bin mir nicht sicher. Na gut, proben wir jetzt erstmal so. So. So, dann wollen wir mal die Treppen hier runtersteigen. Dip, 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 dip. Ich weiß, dass ihr hier seid, die Skelette. Ja. Das ist auch das erste. Ja, komm. Komm, ich mach dich auch nicht tot. Ja, eigentlich doch, aber. Ah, das ist Späher hier. Komm. Ah, das verbrennt. Ui, cool. So. Hm, verwirte der Achse. Okay. Ich weiß ja nicht. Ich probier's vielleicht mal. Oder? Ne, nein, nein. Wollte jetzt gerade vielleicht mal die Ohrenskeule benutzen, weil sie stumpf ist und weiß. Ja, ich weiß nicht, die hätten besser funktioniert, aber. Dann ist hier Reichweite nicht so. Guck, die Reichweite hier reicht ja noch nicht mehr, aber wirklich. Braucht, um die ordentlich zu treffen. Weil die immer ausweichen. Ja, komm. So. Zack. So eine Rechts-Links-Kombo. Wirkt auch manchmal wahre Wunder. So. Hab ich nicht noch irgendwie so einen Lichtzauber? War nun Bloodfly. Hö, hö, hö. Ja, ja. Kann ich... Da war's auch. Licht. Lü, 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 lü. Oh. Das heilige Licht umgibt mich. Oder, äh, schwebt über mir. Oh, ha, ha, ha. Was haben wir hier drin? Oh. Hier war schon irgendwas. Ei. Komm her. Och, geh da weiter runter. Oh. Komisches Gewölbe hier. Wow. What the f... Ah. Ich mich erschreckt, ey. Verdammt, Kacke. So gehst du aber nicht hier. Wow. Scheiße. Komm hier aus allen Ecken. Diese Viecher hier. Stirb doch einfach. Junge. Friss den... Ah, ist geil. Die machen voll wenig Schade. Oder greifen die mich nur nicht so... Nur nicht so viel an. Ich kann das gerade nicht unterscheiden. Doch. Die greifen mich... Die Erzrüstung, die ist so geil. Das sag ich euch. Ja, jetzt. Komm. Komm her. Jetzt. Ah, komm. So. Du auch noch. Ah. Endlich. Wie nervig. Boah. Oh je. Hätte ich das gewusst? Jetzt ist es eh zu spät. Wo soll ich lang gehen? Oh Gott. Ich hasse das. Tja, dann... Wo habe ich da... Gollisch. Dann nutze ich mal eben... meinen guten Freund. Hier wird er wohl durchpassen durch diese Gänge. Ja, los. Ja. So. Mit ihm schaue ich das hier sicherlich. Wollte keinen Schiss haben. Wenn ich irgendwie falsch gehe und dann hinter mir dann die Typen kommen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wo ist das schon, Alter? Gönnen den Bau, bitte. Hallo. Gönnen dir. Die kommen ja aus allen Ecken. Ganze Viecher. Er hat auch schon wieder einen entdeckt, oder? Rennt da einfach nur so doof rum. Nee, da geht es, glaube ich, nicht weiter, Golem. Tja, folgen wir ihm einfach. Er weiß sicherlich auch nicht, wo es lang geht. Nicht da lang? Da, wo es dunkler ist? Da dürfte noch mehr sein. Würde ich jetzt mal so sagen. Keine Viecher? Gar nichts? Wo ist er jetzt hingegangen? Da ist er. Hier müssen aber Viecher sein. Warte doch mal, Gottverdammter Golem. Hier, Golem. Hier sind die Viecher. Könnt ihr mir ja gerne helfen, ne? So, ich bin ein Skelett-Magier. Er beschwert auch noch ein paar. So. Nicht mit mir, jeder. Mit dem Endking legt man sich nicht an hier. Verdammte Axt. Verdammte Schwert. Nein, Golem wollte ich eigentlich nicht. Ähm, tothauen. Gib ihm ordentlich. Hallo, es kommt. Und zack. Dieses Schrei vom Golem erinnert mich irgendwie an die, äh, Schrei von den Orks. So. Was hat denn der liebe Skelett-Magier des Nebeltorns bei sich? Ah, Chromandel. Das ist das Buch, was wir suchen und Skelette beschweren. Gar nicht gut, aber auch mal schön. So. Roste-Geschwert. Oh, Erzbrocken. Oh, geil. Geil, 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 geil. So. Dann gucke ich aber, was hier noch weiter ist. Hinten habe ich irgendwas wahrscheinlich im Durchgang vergessen. Ich weiß es jetzt schon. So, aber hier sind ja auch noch welche. Mein Golem hat ja noch ordentlich Energie. Jetzt kommt er nicht. Doch, der muss halt durchkommen. Jetzt keine Lust hier die ganze Zeit zu kämpfen, was? Weh, du schläfst mich jetzt, Golem. Oh. Wollst du mich gerade schlagen, Freundin? Sag das nicht. So. Jetzt kommt er nicht da durch. So, gut. Bin einmal ganz kurz durch. Golem war etwas nervig. Ich werde das aber ein bisschen schneiden. So. Gut. Wie gesagt, hier bin ich jetzt erstmal durchgegangen. Nichts gewusst, dass man da oben auch hergehen kann. Ja, und dann lesen wir erstmal das Buch. Büchlein. Wenn ich es finde bei den scheiß vielen Teilen hier. War es nicht da schon? Ne. Wahre Macht. Komm mal, da ist es. So. Der, der gewählt ist, allen irdischen Lastern zu entsagen und auf den Faden der rechtschaffenheit rechtschaffenen Wandeln soll wissen, wo der Quell meiner Macht verborgen liegt. Auf das es, er es nutzen möge, die Ketten dieser Welt zu sprengen und sich als würdig zu erweisen, Chroman hin zu empfangen. Der Weise verschafft sich großen Überblick, bevor er sich der nächsten Aufgabe widmet. Ach so. Das ist ja wohl ganz klar, wo man jetzt hin muss. Ja gut, sehen wir uns beim... Da wieder, wo wir das nächste Mal hingehen müssen. Bis dann. Oh ja, King.